Hey Leute, zurück zu Kanker und ich habe festgestellt, ich habe noch ein bisschen rumprobiert, wir haben einfach noch nicht genug, Disco ist hier vergrault, also machen wir das Sommer eiskalt weiter. Na, los. Kürzen wir wieder ein bisschen ab. Taumel, taumel. Wir können auch ein bisschen Ferkel sein. Ich hätte nämlich nicht selber reinspringen müssen, sondern noch ein Steinmädchen in die Löcher dutzen. Yo, klappt. Hey, Fairy! Fairy! Where is she gone? Fairy! Fairy! Oh, sie hat dich mit dem Kopf auf meinem Kopf gesehen. Oh, gut. Genau, ich glaube, es ist Zeit, diesen Ort zu gehen. Es wird ein bisschen kräftig! Was? Okay, recht hat er. Ich würde mir dazu gerne das Geld natürlich noch holen. Wobei, ich glaube, ich gehe da rauf bei. Das Geld tanzt natürlich schön im Rhythmus mit, ne? Nein, jetzt wird nix. Wieder tot. Ach, verdammt. Ich hoffe, das hat jetzt aber getriggert. Ach, gib mir mal wieder. Gib mir mal wieder. Gib mir mal den Bildschirm. Ist egal. Ist wurscht, ist wurscht, Leute. Es gehört dazu. Mehr tot als bei Dark Souls. Und ja, ich habe verhältnismäßig viel Zeit auf der Uhr, weil ich auch öfter mal pausiert habe, wenn ich dann irgendein Part geschnitten habe oder sowas, bin ich einfach bloß auf Pause geblieben und dann hat das weiter gezählt. Okay, gut. Dann müssen wir noch mal relativ viel machen jetzt. Aber es geht fix. So. Äh. Nein. Hallo. Ähm. Hallo. Äh. Achso. Ja gut. Ja gut. Ja gut. Das ist in Ordnung. Wir müssen bloß noch das Geld holen. Äh. Was jetzt bloß nicht mehr geht. Also ich kann noch einmal betrunken werden. Und jetzt ist gerade wieder mal das Bild weg gewesen. Leute, ich... Ah, ich krieg den Hals. Meine Technik ist Katastrophe. Kann ich euch auf den Kopf springen? Ne, hier ist gesehen schon. Ja, Moment. Das geht ja super super. Jetzt muss ich bloß gucken. Nein. So geht es natürlich nicht. Ach. Ich nehm mich am Arsch mit dem Geld jetzt hier. So. Bam. Ach. Ja. Also wir müssen in der Fluch rein springen. Und das hat nicht geklappt mit der Hubschraueangrück-Attacke. Dann sind wir da rauf, dann müssen wir hier runter rutschen. Jetzt hat's geklappt. Okay, bleib sehen! Ring, ring, ring! Okay, dann gehen wir jetzt raus. Und er verliert schon wieder Geld. Okay. Okay, rennen wir mal mit dem Chef. Lauter Heimblöds. Ich bin. Ich bin. Do you know this, Tealeaf? Ja, wie ich mit einem Käsemann bin. Der Brot scheint nicht zu wissen. Wie, ist es okay, wenn ich rausgekommen? Ich muss rausgekommen. Geh raus. Warte. Wir gehen zurück zum Geschäft. Ich habe nur eine Sache zu tun. Ich werde mit dir in einem Moment sein. Die Leute müssen die gewünschte Werte zeigen. Wenn sie rausgekommen, sie können sich wieder zurückzuhören. Einige von euch haben keine Werte gezeigt. Wer ist es? Ich weiß nicht. Könnte sein Frankie. Könnte sein Chicho. Könnte sein Pauly. Ah! את. Man kann übernehmen. Man kann so wie IT. Aber ich habe mehr Geld. Man kann das auch bezahlen? Oh nein. Was habe ich damit gedacht? Sie können Loweryziehen und damit sein? Man kann so Protocolfragen, Ja, aber ich meine, ich werde das erst zu beschäftigen, aber was ist das? Was muss ich machen? Gut, gut. Ich bin froh, dass du das akzeptiert hast. Geh das hier. Okay, hier ist der Plan. Wir haben uns ein kleines Problem. In der Fall, mehrere kleine Probleme. Du hast bereits die Disgüse, also das ist die Farbe. Was anderes du brauchst, ist eine von diesen. Es nennt sich eine Bob. Diese sind die Probleme. Woher sie kommen, ich weiß nicht. Sie sind völlig aus dem Platz in diesem Ecosystem. Aber sie sind hier und sie sind auf meinem Platz. So, was ich empfehle, dass du machst, ist, dass du deine Disguise-Achumen benutzt hast. Geh die Bombe durch hier. 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 Okay, dann ist die Neuva. Wenn die Bombe weggeht, sage ich, dass du die Stadt verlassen hast. Und wenn du es nicht verlassen hast, sage ich, dass du die Stadt verlassen hast. Lass uns arbeiten. Okay. Ich weiß jetzt nicht, ob da ein Zeitlimit besteht. Wir werden es gleich wissen. Lass mal einfach nur rennen. Rennen, 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 rennen. Da ist ein Zeitlimit. Verdammte Angst. Find ich nicht gut. Ich renne einfach nur stur durch. Ich glaube, das ist machbar. Kann ich damit eigentlich springen? Nee, kann ich nicht. Gar nicht warten. Es ist natürlich blöd, dass ich nicht springen kann damit. So. Okay, okay, okay. Bis jetzt sieht es eigentlich ganz gut aus. Jawohl. Okay, ich würde fast sagen, das ist Hammer. Yo. In Resloach. Das könnte heiß werden, Leute. Oh nein. Hä? Nein. Super. Das ist jetzt... Sorry, ich kann gar nichts machen, Leute. Ich kann nichts steuern. Es ist... Jetzt ging es gerade ein bisschen. Und ich bin out. Nee, ich möchte jetzt bitte den Bombenabschnitt nicht nochmal machen. Bitte, 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 bitte. Hä? Schweigen gehabt. Das war jetzt doch weiter weg als... Äh! Scheibenkleister! Nein, wo willst denn du hin, Konker? Nein, ne... Boah! Leute, wisst ihr, was ich doof finde? Ich würde lieber gleich sterben, als wie diese so rumgehüpfen da. Ach, und dass diese Dinger gleich wegen meinem Minigewicht dann versinken, das finde ich auch Mist. Hm, okay. Hm. Also, ihr gut. Und wie schnell vor allen Dingen. Nee, Jungs. Oh, nein, 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 nein. Nicht nicht nochmal. Nein! Das ist doch jetzt nicht wahr. Ey, das kann doch echt nicht. Leute, mal ernsthaft. Bah! Ich glaube, ein Leben habe ich noch. Wollte er nur über den drüber springen. Wiederhole es nochmal gerne. Höherer Kill Count als bei Demon's Souls. So, einfach bloß an denen vorbei und durch. Ich habe auch gedacht, ich kann über die Kerle drüber springen. Ich habe es ja geschafft. Da steht einer. Da kommt einer. Au. Äh. Was ist jetzt? Nein. Ja. 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 Recht, Alter. Und warum haben Höhlenmenschen so was wie Hoverboards? Oder Killerboards besser gesagt. Das wird jetzt glaube ich auch relativ schwer. Das sind wir durchgekommen. Jetzt haben wir hier nur so einen Kaspar-Kopp im Riech. Und ich weiß nicht mehr, wie das funktioniert. Wie gesagt, Leute, ich weiß nicht mehr, wie es funktioniert. Und ich glaube, jetzt sehen wir schon bei dem Game-Over-Bildschirm. Bis jetzt ist es nur schwarz. Äh, jetzt bin ich verwirrt. Das ist neu. Auch okay. Gut. Gut. Also auch beim Game-Over-Bildschirm kommt der Humor nicht zu kurz. Wie und ob und was und warum und wie wir das... Ach du Scheiße, sechs Stunden, zwölf Minuten. Äh, Bootrennen, Hoverboard-Rennen gewinnen, das sehen wir im nächsten Part, Leute. Bis denn. Macht's gut. Tschau. Tschau. Musik 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 Vielen Dank.